Azubi bei Vollas zu sein heißt Verantwortung zu übernehmen, aber gleichzeitig auch Spaß an der Arbeit zu haben. Ich bin Afla und ich mache eine Ausbildung als Kaufmann für Speditionen und Logistikdienstleistungen. Vollas ist in verschiedenen Branchen tätig, wie zum Beispiel Kaffee, Tee und hauptsächlich kümmert sich Vollas um die Logistik dieser Ware. Ich habe mich für Vollas entschieden, weil ich finde, dass Vollas die besten Konditionen für Auszubildende hat. Das Besondere an der Ausbildung ist, dass ich in den Arbeitsalltag richtig mit eingebunden werde und auch richtig mitwirken kann an den Arbeitsprozessen. Vollas bietet mir die Möglichkeit, mich selber weiterzubilden, sowohl fachlich als auch persönlich und zudem lernt man hier auch wirklich sehr viel, was auch einen im Leben weiterbringt. Vollas ist europaweit vertreten und diese Standorte bieten mir die Möglichkeit, dort ein Auslandspraktikum zu machen. Bei Vollas treffen ganz verschiedene Persönlichkeiten aufeinander, was aber nichts Schlechtes ist, sondern eher etwas Positives, denn dadurch hat man immer Spaß bei der Arbeit. Es ist nie langweilig und die Arbeitskollegen hier sind auch sehr verständnisvoll und auch sehr unterstützend. Das Besondere an Vollas ist, dass wir hier mit ganz verschiedenen Waren arbeiten, sowohl Wolle, Kaffee, Kakao, Tee und auch den Ursprung sehen, was man eigentlich so im Alltag gar nicht sieht oder worüber man eigentlich nachdenkt. Und zudem ist auch das Besondere an Vollas die Mitarbeiter, finde ich, denn man hat immer was zu lachen, ist immer lustig hier, man arbeitet natürlich auch, aber halb sehr gerne. Ich war vorher ein viel schüchternerer Mensch, also seitdem ich die Ausbildung hier bei Vollas mache, bin ich halt viel offener geworden. Ich kann auf Menschen zugehen. Ich habe mich in meiner Persönlichkeit entfaltet. Vollas ist cool. Willkommen bei Vollas. Ich hoffe, wir sehen uns bei.